Mein Name ist Alexandra Kuchta. Ich bin seit 2015 bei Deloitte im Bereich Audit & Assurance tätig. Ich habe einen etwas exotischen Werdegang, habe im Consulting begonnen, bin in die Industrie gewechselt und habe dann ein Kunststudium eingeschoben, um noch einmal eine andere Denkweise zu erlernen und bin nun zurück ins Audit gekehrt. Ich bin im Zuge der Auditreform dafür verantwortlich, unseren Bereich Wirtschaftsprüfung dahingehend zu unterstützen, strategisch wichtige DAX-Mandate zu gewinnen, indem wir unsere globale Beratungs- und Prüfungskompetenz bündeln. Besonders reizvoll, wieder für den Number One Service Provider zu arbeiten, war für mich, diese Herausforderung anzunehmen, mit diesem tollen Team diese Möglichkeiten auszuschöpfen und dabei auch täglich immer etwas Neues zu lernen. Der Beruf des Wirtschaftsprüfers ist entgegen seinem Beruf unglaublich spannend. Man hat die Gelegenheit, in kürzester Zeit verschiedene Unternehmen mit seinen Geschäftsprozessen kennenzulernen. Dank Data Analytics sind wir in der Lage, in kürzfristiger Zeit Massendaten auszuwerten und uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Dadurch reduzieren sich routinemäßige Tätigkeiten und wir fokussieren uns auf qualitative Auswertungen, die für unsere Kunden wichtig sind. Bei uns bewerben sollte sich jeder, der einen betriebswirtschaftlichen Background hat, ein Technikstudium, Ingenieurswesen oder auch IT studiert hat. Vor allem aber Interesse am Lernen, am Gestalten und am Bewegen. Audit & Associates steht für mich für spannende Aufgaben, stetige Veränderungen und ein tolles Team.